Hey, meine Rabocken und herzlich willkommen zum Digital Circuit Morph Heidenziegen Minecraft Mitarbeiter, der Leader, Gambo, Moini und Logo, Hallöchen. Ich stelle euch mal ganz kurz alle Charaktere vor, die wir haben. Wir haben einmal den Kinger. Das ist der King, ne? Oh, nicht mit mir. Okay, er ist eine Schachfigur und er ist ein Schachkönig. So, dann haben wir Loli Lalu. Das ist die Prinzessin. Das ist sie hier. Sie ist ein Lollipop oder so. Ja, 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 ja. Dann haben wir Pommi. Den kennt ihr bestimmt. Das ist nämlich der, 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 ich sag mal, der Hauptcharakter, ne? So, dann haben wir Ragata. Das ist sie. Ragata. Das ist sie. Und dann haben wir Sobbel. Das ist er, ey. Das sind die fünf Charaktere, die man sich verwandeln kann. Wir werden jetzt alle suchen, können damit Punkte ergattern, die wir dann am Ende gegen diese OP-Waffen-Rüstung und alles eintauschen können. Also, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und wir legen los. Ich würde Idina bitten, einmal den Hebel zu betätigen, um festzustellen, ob... Oh, direkt gesucht. Hä? Nein, es sind drei Rote. Ah nee, hab gelogen, hab gelogen. Wollte testen. Ich mag das neue System nicht. Ich auch nicht. Ich hab's aber auch nicht verstanden, warum ich's überhaupt geändert hab. Okay. Ah, nein, ich muss als erstes suchen. Oh, das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh Mann, na okay, gut. Aber drück doch mal drauf. Ja, okay, ich drück drauf. Oh, hä? So, ich hab meine Wolle reingetan. Ach so. Okay, dann wünsche ich euch viel Glück. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich habe passend dazu auch das Digital Circus Schwert. Das ist so ein riesenrotes Teileier. So, gucken wir mal. Die sind halt auch so krass animiert, ne? Die laufen jetzt nicht so, wie das normalerweise ist, so NPC-mäßig über dem Boden schwebend. Das sieht ja alles sehr richtig aus. Hmm. Hmm. Erstmal muss ich in die Psyche von euch. In welchen... Ich sag, Elina ist der King. Ich sag, Logo ist auch der King. Oder Elina ist die Prinzessin. Könntest du auch haben. Hm. Bist du's? Was ist Gambo? Ja, weil Gambo ist schwer zu... Hä? Das war übel. Sass! Schade. Um es bei mir schwer zu sagen. Ach, wir sind Freunde. Ja, okay, warte. Ich versuch... Warte, wir... Ah, genau. Wenn ich jemanden finde, dann weiß ich ja nicht, wer es ist. Und dann kann ich raten, wer es ist. Und dann kann ich noch... Okay, das ist ja schwierig. Na doch, ich checke ja, ob es jemand ist eigentlich. Warte mal, das ist übel. Das ist übel. Sass. Ne, die hat sich so dann komisch... Hä? Läuft da jemand weg von mir? Schade. Ja, das ist tatsächlich... Hier sind so viele an einer Stelle. Ja, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Das sah übel auffällig aus. Hier, du. Die fangen irgendwann einfach random rumzusprinten an. Hier drin. Hä? Seht ihr mich? Nee. Hm. Nee. Hm. Bip, 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 bip. Die Zeit ist vorbei. Ja, häh. Es könnte auch sein, dass einer hier wirklich einfach diesen... Nö, Zeit ist vorbei. ... diesen Versteckmodus aktiviert hat und einfach hier hoch ist und gar nicht versucht hat, sich in der Masse zu verstecken. Aber das ist übel hoch. Ja. Ist da oben jemand? Nee. Ey, das ist ja... Warte, da kann man brutal rumlaufen. Hallo? Juhu. Hier kann man rein? Hier ist eine Kiste. Hier ist ein Dia-Hab, den kann ich fürs PvP-Battle benutzen. Oha. Mann, ich hab doch keinen einzigen gefunden. Ich muss jetzt hier mal... Machen wir mit Tipp? Ja, natürlich. Ihr müsst dann sagen, wer ihr seid, würde ich sagen. Ah, wie heißt denn? Ja. Hier, 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 hier. Nein. Boah, da, 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 da. Nee, aber die hat sich dann auch so gemoved. Safe nicht. Der hier. Ja, ich hab... Nee, doch nicht. Mann, ich dachte, ich hab jemanden, aber ich hab den zuerst nicht gehittet. Hä, siehst du mich? Du bist einer von den dreien. Ja, wie war das? Ich sag, du bist... Du bist der hier oben. Oh, Mann! Ja, ich hab jemanden, ich hab Gambo. Hahaha. Nee. Echt nicht? Nein. Nein. Die Hitbox von diesen Riesentypen ist so fanbar. Ich hab mich komplett umsonst gefreut. Mann, man muss den auf die Beine hauen. Deswegen dachte ich, das ist einer von euch. Ich hab jemanden. Wen denn? Weiß ich nicht, aber der hier. Schade. Also, ich hab Ben noch nicht mal gesehen. Hä? Ich schon. Ich hab Ben ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Wie soll denn? Also, wie könnt ihr mich nicht gesehen haben? Was? Ich laufe halt durch die Mitte der Map. Es ist ja nicht so, als ob's hier... Du bist auch schon drei, viermal an mir vorbeigeraden. Ich steh vor dir, Ben. Ehrlich? Ja. Ben, ich steh hinter dir. Schade. Im echten Leben. Das wär krank. Das wär psychomäßig. Hm. Hä? Was denn? Das wird hier ja ne absolute Nullnummer. Das kann er nicht mit einer Nullnummer starten. Das ist auch sehr, sehr, sehr schwer. Aber du hast doch gar keinen Tipp. Ja, stimmt. Das ist echt so. Hier wird auch die Zeit übertrieben gespreckt. Ja, das versteh ich hier auch nicht. Ich suche erst vier Minuten. Was für gestreckt. Ich sag, das hier ist jemand. Hier läuft einer im Kreis. Nein! Ich war mir so sicher. Ich check das gar nicht. Loga hat diesen Bühnenmove gemacht. Genau in der Mitte. Der ist safe. Schade. Also das ist bis zu einem gewissen Grad hier auch kriminell, sag ich. Das war aber auch irgendwie. Und das auch. Ne. Okay, Leute. Das ist Tip Time. Tip Time. Ich bin Pomni. Wer war das doch mal? Ich bin da nicht so sicher. Äh. Das musst du selber. So viele gibt es hier auch nicht. Nee, das ist kriminell. Ich bin der Große mit den Spaghetti-Armen und Beinen. Das dachte ich mir schon. Äh, ich bin Kinger. Nee, da hab ich ein Logo richtig geraten. Ich seh aus wie der mit der Kaspar-Mütze. Ups. Ein K.O. Gaut. Mit der, ah, okay. Der Main-Character quasi. Nee, den hab ich schon. Ich kann doch hier nicht mit einem Nuller rausgehen. Es gibt, es sind 100 hier. Ich hab doch gefühlt auch schon jeden, jeden, also nicht jeden, aber gefühlt doch auch schon viele. Also ich bin, also versteht ihr, was ich sagen will? Ja. Also ich müsste ja, selbst wenn ich jetzt einfach random anfange, Leute, zuhauen, müsste ich ja alle 30 jemanden kriegen. Ich bin Vollzeit-NPC. Du machst mir da nichts vor. Ich mach jetzt einfach Rampage-Mode für den Rest der Zeit. Na, hallo. Mama Alpler hier. Ey, trollt ihr. Ihr trollt, oder? Sagt nicht, ihr seid aus der Map geflogen. Ja, wir sind alle drei nicht mehr in der Map. Guck mal oben auf die Wand, Ben. Wer guckt wirklich? Ist das krank? Ey, ich hab gar nicht geguckt. Natürlich hast du geguckt. Okay, ich wollte mal testen, ob du mich wirklich gesehen hast. Okay, du hast mich gesehen. Nee, aber hä, ich check das nicht, Alter. Das ist doch... Ich mein, so... Ich mein, es sind schon viele, aber so viele doch jetzt auch nicht. Bleibst du weg von mir, Gambo? Schade. Ich doch nicht. Hm. Und Logo ist Kinger. Ich seh aber gefühlt gar keine Kingers. Wo haben die sich alle versteckt? Okay, das... Die ist niemand. Die... Ja. Hm. Aber das sehe euch auch alle unterschiedlichen... Oh mein Gott, ich hab jemanden. Ich habe Gambo! Mann, ey! Really? Boah, geil. Wen ist es eingefunden, ey? Ja. Aber wie du dich zuerst auch nicht gemuckt hast, ne? Ja, natürlich nicht. Die Zeit ist um, Freunde. Wo wart ihr, Lina? Ich war derselben Mecke wie Gambo. Nein, hör auf! Hä, zeig mal, wo? Was ist hier ganz am Anfang? Ich bin die ganze Zeit nicht so lang gelaufen. Ey, da hab ich doch aber Leute gehauen. Ja, aber mich nicht. Ah, das ist crazy. Und wo war Logo? Logos Schachfigur? Der am Spawn. Am Spawn? Ja, bei der Bühne. Kipfer, Kipfer. Da! Ach, da! Oh! Katastrophe. Ich glaube, ihr werdet das besser machen. Egal. Ich kriege aber zwei Bonuspunkte, weil ich Lina und Gambo richtig erraten habe. Okay, weiter geht's. Runde Nummer zwei. Ihr seht rechts das Scoreboard. Es sieht gar nicht gut aus. Aber egal, war nur die erste Runde. Let's go! Wollt ihr auch drücken? So, Entschuldigung. Kann sein, dass du anfangen willst. Achso, das ist... Ich hab ein Ei, ich drück da nicht. Ich hab's schon. Oh, Gambo muss suchen. Ja! Ich bereiche dir feierlich das Espada de Caramello. Yeah! Das Karamell-Cirkusschwert. Das ist ein Überschwert. Boah! Einmal auf dem Boden gucken, bitte. So, jetzt ist es halt wichtig, sich nicht nur ein gutes Versteck zu suchen, sondern auch ein Morph, den Gambo nicht errät. So, hm. Wo sieht Gambo mich am wenigsten? Und den nehm ich dann genau nicht. Spaß. Kein Spaß. Hm. Jetzt beginnen die Psychospielchen, ne? Ich sage... Wenn ihr mich nicht kennt, ich... Nee, nee, nee. Ich bin wirklich ganz tief bei dir grad drin. Jetzt hab ich einen genommen, aber den würdest du erraten. Und deswegen switch ich nochmal. So. Okay, Leute. Wir suchen uns jetzt ein Versteck-Goo. Ich kenn ja eigentlich, die Map ist schon ganz gut. Aber ich meine, naja, viel zu entdecken. Also man muss schon NPC-mäßig rocken, ne? Also man kann jetzt hier nicht mit einem... Ich bin da richtig gut drin. Man kann jetzt hier nicht mit einem Versteck kochen. Ich versetz mich kurz in die Rolle rein. Ich mich auch. Ha, 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 ha. Ich weiß, wo Logo ist. Ich verrat's dir. Ha, 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 ha. Ein Euro Paypal, wer mir ein Logo verrät. Ha, mein Höhner-Frikasse. Was? Lida, wenn das ein Clip werden sollte, das musst du nochmal üben. Ich wollt grad sagen, OME. Okay, Gambo. Ich würde dich bitten, die Suche zu starten in 3, 2, 1 und Abfahrt. Let's go. So, muss ich jetzt erstmal raten? Ja, richtig. Oder war ich das am Ende? Richtig. Okay, okay. Aber du bekommst natürlich erst am Ende, also sprich, wenn wir Tipps geben, das Feedback, was richtig war. Okay. Äh, ich sage, Logo ist, ähm, wieder der King. Ha, richtig. Echt? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Und Ben hat den Move gemacht, ich nehm erstmal die mit dem pinken Ding. Ich war viel, ich war, ich war wirklich, ich war, ich war crazy unterwegs, psychologisch. Ja, ja, I know, I know. Du hast, du hast dir gedacht, ich nehm das mit dem pinken, aber nee, das würde Gambo wissen. Deswegen bist du, äh, Ragata. Und, ähm, Elina macht jetzt mal was ganz Wildes und hat den, äh, Spaghetti langen, langen Mensch, 2 Meter groß. Den langen Hals. Den langen Hals. So, das sind meine Tipps. Und es geht los. Und ich sehe nämlich auch schon direkt Logo, wie der hier rumlungert. Warte? Ey. Ey. Mann, ey, das wäre so cool gewesen. Der ist hier auch ein bisschen, aber ich gehe erstmal hin. Also, dass Logo den Back-to-Back genommen hat, der würde ich auch mitgehen. Jaja, das ist so ein Standard-Logo-Move. So, ich hab meine... Dann würde ich auch ehrlich sagen, ich schulde ja Logo noch einen Euro, da würde ich hier auch nochmal einen Euro setzen. Oh. Aber Logo wird, na, also die Wette macht ja keinen Sinn, weil Logo wird ja nur einschlagen, wenn das nicht ist. Also, zieh zurück. Ne, ich gehe mit. Ne, 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 ne. Oder warte, der hat das Psychologie, ich gehe auch mit. Der dachte nämlich jetzt, dass ich zurückziehe, weil er denkt, dass ich denke. Aber ich habe weiter gedacht. Naja, denk mal schön. Junge, hier backt einer komplett in diesem Ball drin. Ich denke, dass Selina... Oh mein Gott, warte. Das Logo. Oh mein Gott, was war er, was war er? Langhals. Scheiße. Oh, nee. Einfach Minus gemacht mit dem Video. Der hat sich wirklich in so einen Ball reingebackt. Ich kann das alles nicht mehr. Der ist für diesen maximalen NPC-Move gegangen. Oh, freue ich mich jetzt schon auf meinen Euro. Hey, wer war das? Achso, das war Logo. Ich dachte... Boah, das ist aber geil, weil Logo hat immer viele Punkte, dass der jetzt wirklich mal den letzten Platz hittet. Das startet. Wer ist denn hier unter der Treppe? Ist das etwa Benjamin? Ne. Mann. Hey, das hat rumgebackt oder so. Was denn? Hey, du hast mich eigentlich gefunden. Komm, geh nochmal. Nicht! Benjamin wirklich so drickiger. Boah, jetzt noch Elina finden. Das wäre schmackhoff. Das Ding ist, dadurch, dass ich Pomni zum Beispiel gar nicht gecallt habe. Wer ist denn Pomni nochmal? Benjamin, bitte. Ich bin so... Der Main-Character. Ich will nichts sagen. Okay, der Main-Character. Nicht gecallt habe, habe ich bis jetzt auch noch gar keinen angeklickt. Und das kann halt sein, dass das einer von euch ist so. Deswegen muss ich das jetzt mal ein bisschen vermehrt machen. Ähm... Zeit rennt, Gamoni. Zeit rennt. Eine Minute, dann hast du Tip-Time. Hat einer von euch wirklich diesen Move gemacht, wirklich auf Krampf jetzt aufzuhören? Nein, also ich kann sagen, ich nicht. Ich sehe aber, wie du da hochläufst. Bist du nach oben gelaufen, sei ehrlich? Ne. Warum lügst du mich an? Ich bin ein fairer Spieler. Warum lügst du mich an? Ich bin fair. Ich bin fair und spiele fair. Gehe trotzdem hoch. Ich traue euch nicht. Hier ist ein Diahelm. Den benutze ich für die PvP-Phase. Boah, es gibt eine richtig, richtig... Also wenn hier jemand viele Punkte hat, sagen wir gerade mit der Double-Punkte-Round, es gibt eine sehr, sehr, sehr OP-mäßige Rüstung. Die ist aber auch extrem teuer. Die hat die 25-prozentige Chance... Also sie hat eh auch hohe Rüstungswerte. Aber die hat auch die 25-prozentige Chance, einen Hit zu vereiteln. Hä? Das ist krass, ne? Das ist richtig stark. Wer bist du denn? Hallo. Oh, schade. Boah, das wäre so geil jetzt, Gambo. Ich gönne dir auch den... Da kannst du mich auch finden. Ich gönne dir sogar den ersten. Aber halt nicht den... Hä? Wer bist du denn? Was? Du bist eine kleine Maus. Ey, ich bin so viel rumgelaufen. Ich bin wirklich zwei ganze Runden schon gelaufen. Und ich laufe dir direkt in die Arme. Ich war so safe. Aber wenigstens hast du meinen Charakter nicht richtig erwarten. Oh, Mann. Dass du dich also wirklich auch zum Main-Charakter wieder machst, das hätte mir auch denken können. Ne, ich hab wirklich komplett durchgeswitcht, bis ich selbst auch nicht mehr gerafft hab. Ich guck jetzt, wo Elina ist. Ich muss ja jetzt nur noch Elina finden. Ja, Big, Big, Big. Big sagst du? Okay, dann lass mich kurz checken. Was würde Ben sagen, dass es Big ist? Elina ist out of map und nachdem du mich gefunden hast, unterstütze ich das. Ne, das heißt, die muss wahrscheinlich an einem Ort sein, wo mehrere Leute sind. Und wo sie so ein bisschen untergeht. Deswegen ist, ich muss ja jetzt Elina beobachten und nicht dich. Aber warte mal, was ist denn jetzt mit Tiptime? Ach so, ihr hast Tiptime. Richtig, richtig. Du hast falsch geraten. Ich bin die Frau mit dem Kleid. Mit welchem Kleid? Blau. Lo-li-la. Lo-li-lo-la, genau. Lo-li-la. Lo-li-la-lu. Okay, okay, okay. Morgen nehmen wir auf einen Test. Da müsst ihr alle Digital Circus Charaktere erraten. Also nicht erraten, wissen. Nein, bitte keinen IQ testen. Wir machen dann Minecraft Circus IQ testen. Oh, das ist crazy. Alle drei gewonnen. Nee, Gambo hat gekocht. Er hat alle drei falsch geraten und trotzdem gefunden. Wie geil. Wie Lina nach oben gestiegen ist. Dritte Runde. Die ist ein bisschen die undankbare Runde jetzt. So eins vor der Double-Punkte-Round, glaube ich. Oh, Mann. Gambo hat hier irgendwelche Zirkusleute hops genommen, wenn ich das an den XP hier sehe. So. Drücken Sie bitte den Leboutin. Also Le Hebel, meine ich. Ah, das war grün. Logo kriegt das Lollipop-Schwert. Muss suchen. Wir verstecken uns. Let's go. Lollipop. Erst mal entscheiden, welcher Morph. Boah, jetzt muss gekocht werden, ne? Aber vielleicht ist auch dieses einfach mal wenig nachdenken. Am besten den Charakter, wo er am ehesten den Namen nicht weiß. Ich kann nicht gefunden werden. Ich bin versteckt. Ich bin so ein heftiger NPC. Ich aktiviere jetzt auch komplett NPC-Modus. Da wird die Decke angeguckt. Wie soll ich denn da moven? Übrigens, Gambo, ich bin viermal an dir vorbeigelaufen, auch in der Runde davor. Echt? Also eigentlich müsste ich Bonuspunkte dafür bekommen. Jaja, kannst du ja jetzt noch dazu dichten. Okay. Ich bin letzter, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja krank. Also ich muss jetzt raten, was ihr seid, ne? Ja. Jetzt sofort. Okay, ähm, Gambo ist Kinger, Ben ist dieser lange Ampelmann und Elina ist dieser Main-Charakter. Okay, dann let's go. Alles klar. Boah, ich sehe Logo ganz genau. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh Backe. Oh Wolle. Ist das hier ein Spieler? Ja, das bin ich. Hi Ben. Bist du's? Klar. Spring mal. Nee, kein Bock. Nee, doch, warte, warte. Er sieht's auch grad. Hä? Also bist das for real, du? Nein. Du träumst, oder? Nein. Also ich bin's wirklich nicht. Hey, jetzt ehrlich, also diese Person hier, diese. Ich bin es nicht. Ach so, Mann ey. Ich red die ganze Zeit mit nem Bot. Ich hab dem Handzeichen gegeben und so. Also die kommen auch manchmal so richtig creepy auf einen zu. Ja, ja, die sprinten dir manchmal nicht so an, da denkt man, okay, safe im Spieler, aber. Das ist krank, wirklich. Was macht ihr? Seid ihr nebeneinander versteckt? Ihr gebt euch Zeichen. Nein. Also ist ja nicht verboten. Ich geh jetzt auf die Suche. Seid ihr euch so am Bewegen eigentlich? Hier ist einer. Oh. Und der hatte recht mit dem, was ich bin. Oh. Das ist strong, das ist strong. Das wird mir stingen. Boah. Sechs Punkte, ey. Ich bleib jetzt im Heißluftballon. Wo ist denn der Heißluftballon? Hier oben, da kommst du nur. Ja, da bin ich drin. Okay, check ich mal. Ist die ganze Map zugänglich, oder? Also überall, wo man normal hinkommt. Ja. Ich überprüfe das mal. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So, so. Soße. Das ist ja ein Soße. Elina, wie teuer wäre Gambos Versteck? Nein, tu das nicht. Äh, ein Döner. Boah, nee, das ist mir zu teuer. Boah, ist schon teuer. Ja. Das ist wirklich teuer. Döner, einfach Wertanlage. Oh. Ich hab einen K.O. geprügelt. Noch 40 Sekunden, dann ist Tip Time. Gambol hat auch eine Minute länger bekommen, weil ich vergesse, um auf die Uhr zu gucken. Benjamin. Was? Er hat 10 Minuten gebraucht. Das stimmt. Das stimmt nicht. Und im Video ist der geschnittene Beweis. Ja, ja, der geschnittene Beweis. Geschnitten wie geschnitten Brot. Schnitjamin. Lina, kommentier mal, was Logo so macht. Okay, Logo ist gerade am Spawn. Jetzt hat er den King geheadet. Jetzt geht er gerade den Leuchtturm rauf. Er geht den rauf. Er geht den rauf. Er geht da noch rauf. Was bin ich hier raufgehend? Oh, jetzt geht er weiter rauf. Oh mein Gott. Zweite Etage. Es ist spannend. Okay, er bleibt schimpft. Okay, er bleibt schimpft. Nee, er geht. Er trollt. Er ist ein Troller. Okay, er läuft weiter. Zack, zack, zack. Ich muss ja checken, ob jemand hier oben steht. Er macht Meta. Creative. Ich sag ehrlich, Leute, lasst einen Like, da werden wir für die nächste Episode eine Mod installieren, die die Distanz zählt, die man zurückbewegt. Also die man läuft. Und der, der am meisten gelaufen ist, kriegt doppelte Punkte für die Round. Wow. Oh, das ist stark. Das schon, da ist mein Risiko und Belohnung aber auch. Soll ich nicht Tipps bekommen? Ach so, ja, Logat auch eine Minute länger, verdammt. Ich bin die mit den rosenden Haaren und blauen Kleid. Ich bin Ragadada. Wer ist das? Der Große? Das ist die mit den roten Haaren und blauen Kleid. Dann hast du alle falsch geraten. Benjamin, ich habe mich richtig geraten. Ja, ich meine alle von denen, die jetzt noch da sind. Warum lachst du nonstop? Das wird sich ja auch zurecht gelegt. Was? Nee, was ist mit Gambus versteckt? Du lachst zu viel. Irgendwas stimmt da nicht. Da ist gerade was übelst Lustiges passiert. Aber ich kann das erst erzählen, wenn die Runde vorbei ist. Ansonsten könnte ich die Dinge machen. Ist es jetzt gerade lustig? Es war vor längerer Zeit sehr lustig. Vor längerer Zeit? Ich vermute, dass Gambo und ich uns aneinander gerannt sind und uns nicht mal gemerkt haben. Nein, nein, nein. Das wäre aber wild gewesen. Nein, es läuft. Hier ist einer. Wie lustig. Ben wurde gefunden. Das ist ja krank. Nee, das ist Gambo. Nee, nee, das ist Ben. Gambo wurde gefunden. Ich habe es ehrlich gecheckt. Was nämlich Gambo gemacht hat. Er war auf dem Leuchtturm. Und als Logo den Leuchtturm hochging, ist er runtergejoinkt, Alter. Zeit ist zu Ende. Ich habe nur gesehen, wie deine Puppe einfach sich vom Leuchtturm schmeißt. Boah, das müsste eigentlich Bonuspunkt geben für Kreativität. Aber für die nächste Runde vermieten wir das lieber. Junge, ich bin da so runtergejießt. Das kannst du nicht ausstellen. Oh, geil. 20 Punkte, ey. Boah, so knapp war es noch nie. Boah, das ist schon crazy. Alter, 37, 36, 35, 35. Alles wird sich jetzt entscheiden. Einfach von ersten auf den vorletzten Platz. Ja gut, aber es ist ja nur... Das ist ja nicht Punkt. Was für Vorletzer, wir sind nur vier. Okay, aber du kannst jetzt, wirklich jetzt ist alles entscheidend. Ich zeig euch übrigens mal die Rüstung, diese besondere. Das ist nämlich die, die göttliche Rüstung. Aber man braucht halt alle vier Teile, um die Sonderfähigkeit zu aktivieren. Und das ist schon sehr, sehr teuer. Weil allein nur diese Rüstung kostet ja schon 21, 29, 36 Punkte. Und dann hast du noch nicht mal eine Waffe. Verstehst du, Ditte? Ja. Okay, let's go. Boah, was wird Elina bei mir raten? Ich dachte, weil du so gelacht hast, ist es, dass Gambo und ich uns so mäßig angenockt haben. Nein, nein, nein. Das wäre aber auch crazy gewesen. Ich habe über die Puppe gelacht, die sich davon neugierig gemacht hat. Vor allem, ich habe Elina vorher einen Screenshot geschickt. Hast du das gesehen? Ja. Ich habe ihr einen Screenshot geschickt, dass ich da oben bin. Und als sie dann kommentiert hat, das Logo da hoch geht, und ich höre die Steps, die hohe von unten. Aber hättest du es ohne Elina, hättest du ihn dann auch kommen sehen? Ja, ich habe es gehört. Er war fast oben. Er war fast oben, als ich da runter bin. Okay, ich bin ready. Okay, let's go. Let's go. Boah, das ist halt doppelte Punkte-Round, ne? Das heißt, du kannst mit einer errateten Person halt zwei Punkte machen. Eigentlich ein Cheat auch, ne? Das ist crazy. Eigentlich auch unfair. So, jetzt muss ich hier... Die Regeln müssen noch einen Feinschliff kriegen. Was ist los? Schade. Niemand? Nee. Oh, die macht so Uwu-Zeichen mit ihren Händen. Was ist denn das Uwu-Zeichen? Nein, die Fingerspitzen zusammen. Ach so. So, ich sehe jemand. Nee, schade. Ist da drüben jemand? Hallo? Du siehst nicht aus wie ein... Schade, das ist doch ein NPC. Wie sieht es da hinten aus mit den NPCs? Hier gibt es eine Menge NPCs. Hm, bist du ein NPC? Nee. Bist du einer? Hm, hier vielleicht. Der movt sich hier komisch. Wurde ich nicht. Der movt sich viel zu komisch. Er bewegt sich als erstes von denen. Keiner. Okay. Nee. Nee. Wäre erst mal weggelaufen. Oh, nee. Das kann doch. Ich habe alles weggeschmissen jetzt in der letzten Runde. Hast du richtig geraten? Nein, ich wollte King als erstes sagen. Aber ich dachte, das wird besser. Mann, letzter. Jetzt sind... Ich bin letzter damit. Doch, Mann. Das würde mir richtig stinken. Ey, ich habe überlegt, ob ich einfach weglaufe. Aber die stand da drei Minuten und hat die NPCs angeguckt. Und der Double-Punkte-Round auch noch. Gambo. Boah, das würde mich jetzt überfertig machen. Wenn ich irgendwas sehe, dass sie abused. Das ist ein Stinky-Armin. Das ist wirklich ein Stinky-Armin. Das ist Gambo, das Logo. Verfolgen wir weiter, Elina. Ich muss mal mehr auf der Seite hier gucken. Nee, warte. Ich mache jetzt den Leuchtturm-Move. Die hat nicht mehr welche gehittet. Ich war wirklich der dritte, den sie überhaupt gehittet hat. Ich habe die ganze Zeit nur geglotzt. Elina, mach mal nicht den Leuchtturm-Move. Diesmal so. Es war cool für das Video. Runterspringen ist verboten. Werde nicht runterspringen. Ich outmove sie einfach. Also, Gambo. Du kannst nicht fahren, Dreiersprung. Alter, hallo. Was war das denn jetzt? Was kannst du nicht so einfach von den anderen sagen? So. Zack. Niemand da. Hier ist ein Helm. Den nehme ich fürs BVB. Ganz runterspringen wieder. Ja, warte. Nö, darf sie nicht. Doch, sie schon, Herr Zura, natürlich. Ich schaue nur so ein bisschen. Wie. Okay. Ich glaube, es ist irgendwer eine von den Prinzessinnen. Nee. Ja, die Zeit läuft, Elina. Du hast nur noch 30 Sekunden bis zur Tip-Time. Also, na okay, sag mal eine Minute 30. Sie haben eh alle länger Zeit bekommen. Und es sind halt inzwischen nicht mehr 100. Weil es wurden, denke ich, ungefähr 5 gekillt. Aber 95. Und dann schlage ich die. Schade. Bahnkritt. So. Ah, hier oben. Ich dachte, hier wäre jemand. Okay. Noch 15 Sekunden. Dann ist Tip-Time. Als ob ich jetzt der Einzige... Nein, für mich macht es keinen Unterschied. Bin ihr Letzter. Man, ich habe wieder so eine Gorkenausrüstung. Jedes Mal. Ich kann nie mitspielen mit guter Ausrüstung. Denn ich hatte letztes Mal wirklich... Ich war erst da. ...die zusammengewürfelt. Und jetzt habe ich alles verloren. Mann. Okay, Tip-Time. Ich bin Pomni. Pomni. Ich bin Kinga. Ich habe alle falsch geraten. Ja. Aber ist egal. Wenn du jetzt einen findest... Na gut, also, na, du bist so zweit, dann müsstest du schon alle finden. Okay, 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 okay. Die Kinga sind halt am größten. Die sehe ich eher als ein Pomni. Der da vielleicht. Zack. Schade. Schnell, schnell, schnell. Am Spawn. Am Spawn. Spawn ist so ein Ding. Der rennt weg. Alter, der rennt weg. Schade. Schade. Das ist Fake. Schade. Ah. Nee, nee, du bist Pomni. Ich weiß das Pomni. Das ist ein Assi, ey, wirklich. Noch 15 Sekunden, die Zeit rennt. Du musst dich beeilen. Schnell. Episy. Schade. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ende. Wo warst du? Da hinten. Gerade. Wir können ja schon mal ein bisschen kalkulieren. 47 Dias. Das reicht für die gute. Man muss eigentlich die gute Rüstung nehmen, aber die ist schon sehr viel besser. Oder man nimmt sich nur ein Piece. Wartet mal. Das hat drei, das hat drei. Das hat zwei, zwei. Da macht man nur einen Rüstungspunkt gut. Und das sind drei, vier. Ja, hier macht man halt viel mehr, ne? Ach, kann einmal pro Minute ein Treffer abwehren. Siehst du? So, das heißt, wir nehmen diese Rüstung und diese Rüstungssafe schon mal. Die sind schon mal 21 weg, ey. Die sind weg, Leute. So. Jetzt haben wir noch 16. Mhm. Da hole ich mir eher diese... Warte, das sind zwei. Eins. Da hole ich mir eher diese schlechte Rüstung, glaube ich. Oder? Warte mal. Sechs und fünf. Wie teuer ist das? Es ist halt nur... Also du machst nur ein Diaminus, ne? Drei und drei. Wie teuer sind denn die Waffen? 2,3 Schaden mehr. Ist halt schon viel, ne? Naja, so Bogen und so weiter. Oder ich mach diesen Full-Bogen-Spammer-Move. Ja, aber irgendeine Waffe brauche ich ja. Das ist eklig. Müssen wir Essen kaufen? Weil hier muss man ja Essen kaufen. Essen braucht man ja auch. Wobei, wenn man stirbt, wenn man den Tod reinkalkuliert, brauchst du ja auch kein Essen. Lina, du hast dir ja voll die schlechte Rüstung gekauft für deine Punktzahl. Oder? Ah ne, du hast ja auch nicht so viele Punkte. Nö, das ist doch... Das ist nicht... Ach, das war die beste... Naja. Okay, Lina hat sich selbst jetzt ausmanövriert. Egal. Ne, was kauf ich? Ich kauf... Ne, dann hab ich nur noch sechs. Ne, das kann ich vergessen. Die kann ich mir nicht leisten. Ich muss die ja kaufen, anders geht nicht. Dann hab ich noch elf. Ach, dann hab ich noch drei. Dann kann ich mir Karotten holen und das war's. Hm. Oder Schuhe. Geht eh nicht kaputt, ne. Kann Schuhe nehmen, so. Das heißt, sieben sind weg. Jetzt hab ich noch vier. Jetzt hol ich mir... Einmal Karotten, zweimal Karotten. Hm, Karotten sind schon wichtig. Aber ich werd eh überschnell sterben, glaub ich. Dann vielleicht ein Goldapfel eher. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hab Angst, ich hab Angst. Ich hab auch Angst, Alter. Du bist der Einzige, der die volle Rüstung hat. Alter, der jetzt targette, den Hina die... Ne, die da ohne verstecken. Ich versteck mich nicht. Ich bin hier. Ich geh hier. Hina, du bist hinter das Ding gelaufen. Ich weiß das. Was? Äh, doch nicht. Ich bin Two-Hit. Ich bin Two-Hit. Jeder drei... Ah, ich hab so gehofft, dass ich dich mache, ne. Oh mein Gott. Was, was, was knapp? Ne. Aber ich hab trotzdem Schiss gehabt. Komm, jetzt weg. Alter Schwede. Yo, deine Waffe gibt einen Effekt. Das ist crazy. Ich bin Two-Hit. Nein. Na, boah, hilf mir. Der verrägt bitte her. Der ist mein Schein. Nein, geh weg von mir. Ich bin selber low. Okay, jetzt bin ich nicht mehr... Mann, yo, der staubt. Elida, du Sackgesicht. Ich hab nur noch ein Leben. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so raus. Bei dir, du bist der Einzige, den ich hätte killen können. Ja, mein Gott. Wer ist mal auf mich gegangen? Hä? Wir haben uns gegenseitig gekillt. Wir haben uns einfach gegenseitig gekillt. Wie gut ist das denn? Wie viel Leben habt ihr noch, beide? Zwei. Ich hab eins verloren, also noch zwei. Ja, ja, dann macht ihr das mal unter euch aus. Ich hab nämlich nur noch eins. Ich beobachte das von sicherer Distanz. Logo, mach seine Hexe an. Oh, ja. Oh, Gambo hat mich. Oh, Gambo hat mich. Oh, das ist deine Chance jetzt. Aber jetzt misch ich mich aber ein. Warte, wo ist Elina? Ne, Wiener ist raus schon. Er ist raus. Ach so, lol. Ah, Ben mischte dich ein. Ich hab noch vier Karotten. Ich kann ewig laufen. Oh, yo, was hat der mir für ein Hit gegeben, Alter? Hilfe. Das ist crazy. Gambo-Staub-Logo bitte ab. Was ist das für ein Doof-Logo? Alter, ich bin doch nicht bescheuert, ey. Jetzt kann ich abstauben. Abstaub, Jamin. Auf. Ne, 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 das war ich nicht. Der hat einen Tod, Sam. Das ist krank. Der dreckige, was? Das ist krank. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Bitte, 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 bitte. Nee, nee. Bitte, 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 bitte. Nee. Gambo. Da werden so dreckige Moves gepult. Hä? Der ist runtergesprungen. Hat der kein Essen, oder was? Ich denke, ich hab mehr Essen. Ich werd ihn einfach out-essen jetzt. Nein, jetzt rennt er mir hinterher, der Sackgesicht. Ich hab verhängt. Mann, das kann nicht wahr sein. Wie tankst du das? Der hat wirklich kein Essen. Aber man regeneriert irgendwie so voll krass. Ich krieg auch gar keinen Hunger. Ich hab noch zehn Karotten, Benjamin. Okay, das heißt jetzt. Oh, Mann, warum hab ich denn nicht mehr so diese Baba-Behirn rausgehauen? Weil du warst zu schnell geschlagen. Du hast zu schnell geschlagen. Mann, ey. Boah, da war die Weglauftaktik heute die richtige Entscheidung. Ist das krank. Wer hat hier auf illegal Kuchen gegessen? Ey, das ist gecheatet. Wer war das? Ich war das nicht. Boah. Bevor wir gekämpft haben, hab ich da mit das Essen, also beim Essen gefiltert. Na gut, schlau, Jamin, kann man nicht anders sagen. Leute, das war das Digital Circus Heidenziek. Wenn ihr eine weitere Episode sehen wollt, weil ihr habt ja gesehen, es gibt ja noch weitere Morphs, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal. Vielen Dank an alle meine Gäste. Und dann bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.